Herzlich Willkommen und Freunde! Wir spielen heute die Demo von The Survivalists, das sind die, also die Macher sind die von The Escapists, wo man immer ausbrechen muss und ich bin sowas von gespannt auf dieses Spiel, ich wollte die Demo eigentlich schon längst spielen, aber ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine Demo gab. Da wusste ich das, vielleicht wusste ich es, aber ich habe es dann irgendwann vergessen. Ja, und deswegen schauen wir heute mal in dieses schöne Spiel rein. Wir stranden auf einer Insel und bauen so unser eigenes Leben, so ein bisschen wie, ist es wie Raft oder ist es eher wie The Forest? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall können wir auch ein paar Einstellungen machen, Effekte, dann lassen wir erstmal alles so. Controller und mehr Informationen brauchen wir nicht, wir gehen mal rein. So, da wachen wir auf. Atoll of Silinski. Möchtest du Hilfen sehen, dir erklären, wie das Spiel gespielt wird? Empfohlen, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst. Ähm, ich würde sagen, wir machen nein. Wir lernen alles selber erstmal erkennen. Ein Kiesestein, oh, Kiesesteine kann man ja auch. Ein großes Blatt wird, ja, okay. Beenden, Bären, ach Bären. Wie, hä? Wie, ich kann das jetzt nehmen hier? Äh, Bärensatz? Alle aufheben. Alle? Ah, okay. Was kann ich dann da rein tun? Okay, okay, ich verstehe. Kiesesteine. Also, ich habe keine Ahnung, äh, wie das Spiel hier wird. Ich weiß, dass man das auch zu mehreren spielen kann. Deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht noch ein paar Leute finde, die das mit mir spielen wollen. So, kann man, ne, damit kann man nichts machen, aber Kiesesteine wieder. Wo sammle ich den auf? Gehen die direkt da unten rein? Ja, da gehen sie direkt hin. So, was haben wir hier? Schneidet, hackt und sticht. Ah, okay. Neue Fertigungsrezept freigeschaltet. So, jetzt haben wir hier eine Achse, das. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, hier. So? Ne. Hat nicht so geklappt, glaube ich. Ne, ne, ich möchte das ja ausgewählt haben. ZR. Lausiges Bett schlafen speichert deinen Fortschritt. Ah, guck mal. Können wir jetzt einfach hier irgendwo hinbauen? Das ist ja cool. Am Strand erstmal, oder? Ja. So, und dann? Ah, fehlen da Rezeptgegen. Ach, den habe ich nicht. Oh, okay. Da müssen wir erstmal nur herumlaufen. Das sind nochmal Kiesesteine. Kiesesteine. Hier kann ich nichts machen. Was ist das hier? Spielerverfolgen, Gegenstand zu Affenwerfen. Aktion des Spiels imitieren. Aktion des Affen. Äh, Affen. Ach, sind wir ein Affe? Okay. Sehr interessant. Ah, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, das Spiel. Was liegt denn da denn? Blütenblätter. Uh. Jetzt gehen wir hier schon in den Wald rein. Ike, Hilfe, Hilfe. Okay. Warte, ich hole mir noch ein paar Bären. Weiß nicht, wie es mit dem Essen ist. Ich habe, glaube ich, keine Essensanzeige, oder? Ich kann die gar nicht holen. Oder er? Nee. Nee. Okay, dann gehen wir erstmal den Jungen da hinten helfen. Auch wenn ich hier gar nicht sehe, wo ich hier lang gehe. Weil hier irgendwie... Oh, nee. Hallo. Hallo? Also... Ah, mit Y hau ich. Ah. Affen erhalten. Weh. Gegenstand geben. Habe ich jetzt einen Affen, oder was? Hi, Süßi. Na ja. Und so können wir Bäume fällen, oder was? Warte, ich will jetzt mal zum Baum gehen. Ist das der Baum hier? Ich weiß es nicht. Nee, hiermit, ne? Ja, hiermit. Alles aufheben. Und so kriege ich auch die Beeren. Ja, tatsächlich. So lässt er jetzt gerade. Ich weiß es nicht. Aber wir haben einen Affen. Wir haben einfach einen Affen. Leil. Womit habe ich das denn verdient? So, hier. Ah, guck mal. Bäume können wir auch fällen. Cool. Das dauert aber viel, viel länger. Ach, meine Energie ist dann leer, wenn es rot wird. Ah, okay. Ich verstehe. Super. Äh. Ist irgendwie gar nichts übrig geblieben, oder? So, sammeln wir hier. Ah, hier unten ist Holz. Okay. Wir sammeln alles auf. Und das ist jetzt... Ja, das ist kaputt. Okay. Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Wir gehen mal weiter nach links. Kann ich auch Felsen kaputt machen? Ja, kann ich. Bam, 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 bam. Kiesesteine. Super. So, wir craften mal eben wieder was. Ach, nee. Das war das Bett. Werkzeug. Oh, guck mal. Jetzt können wir schon mehr machen mit dem Werkzeug. Wir craften erstmal das hier. So, was haben wir jetzt? Ah, jetzt können wir auch hier... Aha, dafür brauchen wir Stroh. Und das gehen wir durch das. So, dann... So. Dann können wir tatsächlich ein Bett machen. Neue Fertigungsrezepte. Das ist lausiger... Also, Werkzeug. Werkzeug, das zum fertigen Bauen und Kochen benutzt werden kann. Komm, das machen wir auch direkt. Und hier haben wir irgendwas... Ne, hier haben wir nichts Neues. Außer das lausige Bett. Wir gehen erstmal gucken. Ich würde gerne da unten vielleicht... Äh... mein Lager erstmal einrichten. Ich denke, das ist so in Ordnung. Hier am Strand wäre das doch bestimmt schön. Abfi, komm doch! Kleiner. Oh, ich glaub... Ne, ich dachte, ich wäre voll. Bin ich aber nicht. So, hier. Haha. Läuft eigentlich ganz gut. Was ist das hier? Aufheben. Eine Schatzkarte wurde... deinem Tagebuch hinzugefügt. Uh! E-Motes. Gefahr in Anmarsch. Oh, sehr cool. Für den Multiplayer wahrscheinlich. Was haben wir hier? Bettlaken. Oh, cool. Ein Bettlaken. Was haben wir hier noch? Eine Holzkoile. Ist natürlich auch praktisch. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt hier erstmal ein Bett hin. Ne? So. Und dann? Ah, hinzufügen. Ah, ich muss das jetzt bauen. Fertigen. Ah, cool. Okay. Dann? Fehlender Rezeptgegenstand. Oh, neue... Neue Baudingsbums. Ah, da. Da war was. Ein Lagerfeuer und eine Strohwand. Machen wir erst das Lagerfeuer. Das machen wir mal... Am besten hier, wo es nicht so ausgehen kann. So. Das können wir auch schon bearbeiten. Hier. Zack, 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 zack. Ja, Affe, sei gespannt. Uh! Jetzt haben wir da schon mal ein Lagerfeuer. Cool. Oh, wir kriegen noch mehr Sachen. Was ist das? Oh, eine Truhe. Oh, eine Truhe ist natürlich auch sehr wichtig. Oh Gott, die wollte ich gar nicht da hin machen. Kann ich die wieder entfernen? Äh, überhaupt platzieren? Ah, hier. Damit kann ich es löschen. Super. Holen tu ich denn? Ich würde die erstmal da hin tun. Machen wir direkt zwei, oder? Ich meine, Kisten sind immer wichtig. Ah, hinzufügen. Oh Gott, ich brauche Holz. Wie es aussieht. Ja, ja. Seid aufheben, danke. Dann suchen wir mal nach Holz. Okay, damit kann ich das nicht machen. Muss ich hier mitmachen. Oh, die arme Palme. Schiebt ihr uns auch Kokosnüsse? Tatsächlich ja. Sehr cool. Ich glaube, ich glaube, wir müssen aber... Achso, ich bin voll, oder? Okay, okay, okay. So, hier auch. Äh, ich müsste aber jetzt mal eben hier was. Hallo, hör auf. Die Kokos... Oh Gott, ich müsste die jetzt irgendwie hier hinlegen. Wie kann ich denn hier Sachen fallen lassen? Nee, so nicht. Damit mache ich eine Rolle. Ah, so. Oder ich habe die jetzt gegessen. Das kann natürlich auch sein. Äh, komm, einschmeißen wir hier rein für das Feuer. Oh Gott, das braucht ja noch anderes Holz. Ja, supi, ey. Okay, okay, okay. Da steht noch ein anderer Baum. Gott, ich hoffe, hier kommt jetzt nichts Böses. Oh, oh. Oh Gott, der Affe hat jetzt schon Angst. Nur einen Moment. Ja, 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 ja. Kacke. Äh, hier, Werkzeuge. Und nochmal. so gib mir jetzt mit dir hier holz super ich hoffe das ist gut das holz ich hoffe das ist das was wir brauchen so haben wir die achso die müssen wir jetzt hier natürlich hier wieder fertigen anfertigen dann haben wir eine kiste so wie viel platz ist gar nicht so viel platz egal wer habe ich das denn jetzt noch mal gemacht ich weiß es gar nicht neben alle aufheben a j y y natürlich diese überhalte ich mal ich glaube die können wir noch ganz gut gebrauchen blaubeeren ich weiß noch nicht wofür ihr gut seid ich stehe dabei ach so für den hunger aber bis jetzt habe ich noch keine hungersanzeige gesehen deswegen tun wir einfach wirklich mal alles rein und ich auch für die zweite hatte ich auch direkt an den können wir gleich fertig okay dann fehlen da rezept gegenstand also können wir noch nicht schlafen oder was rezept wir können fleisch spießt und sowas machen ist ja cool ist echt cool aber man uns fehlt was aber war ein werk kann man die drehen ne ich glaube nicht machen wir die erst mal hier hin oh gott da da kommen welche hier oh gott puh 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 ich habe es überlebt ich habe es überlebt ein bisschen da fleisch rest aufheben ach da war noch was okay dann hier rezept fleisch spießt oder guck mal ich kann nur noch mehr hinzufügen ah doch nicht wie als ob ich das auch damit hier bearbeiten muss okay dann fertige das mal an das gefällt mir nicht ganz gut tatsächlich so das hätte ich gerne alles hier hallo gib mir mal dings so fleisch spießt aufheben ich hätte auch gern das andere den anderen fleisch spieß aber der ist da jetzt dann egal okay so was was brauchten wir dafür nochmal ich hab's vergessen was brauchten wir für holz zwei steine und das da okay steine können wir aber noch nicht herstellen heißt oh guck mal nacht ist schon vorbei das ging tatsächlich schneller als erwartet oder ist das der stein das ist der stein nochmal gucken nee 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 das ist nicht der stein müssen hier glaube ich mal eben ach so ich habe das falsche werkzeug ausgewählt krieg ich das überhaupt hierher nee daraus krieg ich nur kies okay dann gehen wir mal ein bisschen weiter brauchen auf jeden fall nochmal holz 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 schlag den baum klein oh da kommt ein kaninchen oder so weiß ich nicht da war halt gerade irgendwas da ist ein kaninchen tatsächlich oder so ähnlich was bist du denn du bist aber wild drauf wild drauf so wir laufen mal dem kaninchen dahinter oh ich habe falsche taste geklickt tatsächlich naja egal wir lassen die glaube ich lassen wir die ja kommen lassen wir erstmal für das erste blütenblätter oh den nehme ich mal mit so ich bräuchte jetzt da irgendwie dieses komische ding da hat ja am schrand ist eigentlich nur was ich habe da nicht nicht gut geforscht außer ein kaninchen ist da jetzt nichts dredd of night bird oh eine schatzkarte wurde dann okay sollen wir mal so eine schatzkarte hier gucken ich weiß aber nicht wo die map ist also schon da oben links aber aber was macht die da ne ich habe keine ahnung oh eine axt dankeschön cool was ist das ach einfach nur holz okay okay ich kann auch mit der keule zuschlagen das ist natürlich sehr cool habt ihr ein rezept für mich ne ne aber das ist ne druckplatte ich habe gerne diese muschel da kann ich die skelekta auch hauen ne okay der hat auch nichts für uns der hat ein knochen für uns ah ich bin voll oh das ist natürlich nicht so cool ich würde halt ganz gerne die werkbank tatsächlich machen Oh, guck mal, das ist ein großes Tier. Uh. Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mit. Tschüss, großes Tier. Kann ich damit auch... Nee, ich kann nicht rollen. Schneller geht's nicht, Leute. So, die bringen wir jetzt noch nach Hause. Und dann würde ich sagen, das war's auch mit dem ersten Part. Ich denke, ich schaue auf jeden Fall nochmal rein. Wir machen nochmal einen Part. Der kommt wahrscheinlich nächste Woche. Ähm. Ja, wir stellen die mal hier hin. Da, so. Und... Achso, warte, ich kann die... Ich kann die da bestimmt schlagen. Tatsächlich, ich kann die schlagen. So, dann kommen hier Sachen raus. War das Gold? Ich weiß es nicht. Ich muss mal eben hier... Äh, Lager öffnen. Und hier Sachen reinziehen. So. Habe dafür... Palmenblätter. Wo ich würde eigentlich nur ganz gerne die Werkbank da jetzt fertig machen. Holz habe ich mittlerweile. Dann gucken wir mal eben. Den Knochen können wir auch da rein tun. So. Was brauchen wir hier? Weiß nicht. Sagt der mir nicht. Sagt der mir einfach nicht. Achso, ist das das Falschholz? Nee, oder? Seile habe ich doch. Seile müsste ich haben. Oh, ich habe nur eins. Stell dir mal das denn nochmal her. Guck mal ganz kurz. Hier ist kein Seil. Hier sind Seile. Achso, dafür brauchen wir Gas. Okay, Leute. Ich glaube, das ist da einfach nur falsch platziert, oder? Kann das sein? Bestellt mal hier... Bestellt das mal hier hin. So am Wasser. Ja, das sieht besser aus. So. Und jetzt steht das da wahrscheinlich, oder? Ja, jetzt geht das auch. Jetzt geht das. Hier haben wir nochmal Grasbünde. Oh ne, ich brauche zwei. So. Wir gucken hier. Crafty, Crafty. So. Wie viele Seile brauchen wir? Achso, wir brauchen noch eins. Oh Gott, wir brauchen noch eins. Zwei Stück. Äh, hier. Und auch abgeben. Ja, hinzufügen, danke. Das wird was Neues. Dann war das hier. Ah, ja, cool. Jetzt haben wir die Steine hier. Sehr cool. Komm. Komm, die Werkbank, die machen wir neu im Fertig. So. Und dann noch bauen. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ähm, und dann schauen wir uns die Werkbank an, was wir damit machen können. Ich bin gespannt. Bis dann. Euer Kamito. Und ciao. und